Herzlich Willkommen hier im Autohaus Dino Club. Mein Name ist Sven Ludwig und ich darf Ihnen heute einmal diesen Audi A5 vorstellen. Mit Xenonscheinwerfer, 19 Zoll Alufelgen, S-Line. Wir schauen einmal in den Innenraum. Im Fahrzeuginnenraum finden wir das Multifunktionslenkrad mit dem Tempomaten, das Radio sowie das Navigationssystem, einmal die Sitzheizung auf beiden Seiten und die Klimaautomatik. Ich hoffe Ihnen hat dieses Video gefallen. Sollten Sie Fragen zu diesem Auto, einem anderen oder einer Finanzierung bei uns im Haus fragen, rufen Sie mich gerne an. Mein Name ist Sven Ludwig. Meine Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung.